Und das kannst du auch nicht von mir verlangen, das werde ich auch nicht machen. Ist mir scheißegal. Ich unterzieh mich einer. Also für alle, die dieses Video sehen, ich wurde in dieses Video hier mit rein... ...bezwungen war es schon. Aber okay. Ja, fang an. Erzähl. Was mehr im Haushalt? Ein Mats macht auch was. Okay. Und ich hoffe, irgendwann geht es auch in Erfüllung, verzeiht mir meine Tränen. Das ist also der Grund, wieso du mich bei der Leiche beobachtet hast. Jetzt bin ich irgendwie so ein Psychopath, wer hetzt man hier eine Therapeutin auf mich? Go. Bist du dir sicher? Mit was, Jenny? Mit was? Bist du dieses Video machen willst? Ja. Ich weiß nicht. Sonst würde ich da jetzt hier nicht sitzen. Alter. Immer diese... Ey. Diese Diskussion gibt es jetzt gefühlt schon seit Tagen, Wochen, keine Ahnung was. Und wir sitzen jetzt hier vor dem Video und sie schafft es immer noch nicht, einfach darauf klar zu kommen, dass wir jetzt das Video machen. Man fragt mich immer noch, ob ich sicher bin. Natürlich bin ich sicher. Ich mache es jetzt einfach. Fertig. Okay. Also für alle, die dieses Video sehen, ich wurde in dieses Video hier mit rein... Verzwungen war es schon. Aber okay. Ja, fang an. Erzähl. Ja. Also Leute, wie fang ich an? Ich habe mich jetzt, also ich habe seit einigen Wochen, eigentlich sogar schon Monaten darüber nachgedacht, was an mir zu verändern, weil ich einfach nicht zufrieden mit mir selbst bin. Nicht, weil ich zufrieden mit meinem, nicht zufrieden mit meinem Körper bin oder so, darum geht es gar nicht. Ich bin einfach unzufrieden mit mir selbst, so mit meinem Gesicht. Und ja, ich bin, ich will einfach eine Veränderung. Man, siehst du, jetzt machst du mich einfach komplett nah. Ich bin jetzt richtig krank aufgeregt, weil du einfach einfach neben mir sitzt und deine Augen verdrehst und keine Ahnung was. Ey. Sorry, aber ich muss meine Augen verdrehen, weil ich das Ganze einfach nur crazy finde. Ey, ey, ich finde es einfach crazy. Aber was findest du crazy? Ich finde es crazy, so ein Video zu machen. Ich finde das crazy, was du vorhast. Das ist einfach total... Das ist... Weiß ich nicht. Also du hast echt schon viel gemacht, aber das ist echt... Das schießt einen Vogel ab. Das schießt einfach einen Vogel ab. Ist einfach meine Meinung. Und ich darf ja wohl meine Meinung sagen. Ich werde jetzt hier sitzen und werde sagen, ich unterstütze das Ganze, weil ich es nicht mache. Und das kannst du auch nicht von mir verlangen. Das werde ich auch nicht machen. Ist mir scheißegal. Ich unterziehe mich einer Gesichts-OP, Leute. Ich unterziehe mich einer Schönheits-OP, einer Gesichts-OP. Ich werde mich im Gesicht komplett verändern, weil ich einfach nicht mehr so sein möchte. Und ich verstehe nicht, was das Problem ist. Also wenn ich mich dazu entscheide, das zu machen, dann ist es halt einfach so. Und ich habe jetzt nicht die Entscheidung gestern getroffen. Ich habe schon seit Monaten darüber nachgedacht. Und habe mich einfach dazu entschieden, das jetzt umzusetzen. Und es wird jetzt morgen passieren. Also seit Monaten hast du es nicht überlegt. Wenn du ein Video machen willst, dann sei ehrlich. Seit Monaten nicht. Es ist eine Schnapsidee meiner Meinung nach. Es ist keine Schnapsidee. Doch, es ist eine Schnapsidee. Es ist eine Schnapsidee, wenn man sowas innerhalb von einer Woche entscheidet. Das ist eine Schnapsidee. Und das ist etwas, was man wieder rückgängig machen kann. Das kannst du nicht immer rückgängig machen. Du bist dann so, wie du sein willst. In deinem Kopf. Aber das ist keine Frisur oder so. Das kannst du ja nicht von einer Woche wieder verändern. Und das ganze Gesicht... Das ganze Gesicht ist das... Ich fühle mich... Alter, wie du übertreibst, ey. Es ist ja das ganze Gesicht. Ja, es ist ja auch das ganze Gesicht. Aber wie du übertreibst... Ich schwöre es nicht, ey... Ich bin auch sowieso schon aufgeregt, mal wüsste. Da muss man aber jetzt nicht noch extra so einen reindrücken. Ich möchte einfach mein Gesicht verändern. Ich bin einfach nicht zufrieden damit. Ich schaue mich im Spiegel an und denke mir so... Nee, so möchte ich mich einfach nicht zeigen. Und so möchte ich einfach nicht sein. Sorry, ich muss lachen. Tut mir leid. Wahnsinn. Ja, das tut mir leid. Aber das ist ja einfach... Verstehst du? Also ich... Also ich... Ich muss lachen, Leute. Weil ich einfach mir denke... Das kam von heute auf morgen. Diese Streitereien gibt es schon seit Tagen. Seit Tagen gibt es nur Streitereien. Also Streitereien ist kein Streit. Es ist einfach... Ich habe meine Meinung gesagt, die du nicht akzeptieren kannst. Aber weil ich will doch sie das akzeptieren, dass sie das verstehen... Ich akzeptiere es. Ja, toll, ja. Weil sie jetzt wirklich nicht hier sitzen. Ja, ich akzeptiere es. Aber ich finde es einfach verrückt. Verstehst du? Und es ist doch meine Meinung. Ich kann doch meine Meinung äußern, wie ich will. Das ist einfach der Punkt. Er will mir einfach... Er gönnt mir einfach... Oder was heißt er gönnen? Er lässt mich einfach nicht meine Meinung haben. Und das ist in vielen Punkten so. Du versuchst immer meine Meinung zu verändern. Was ist denn los? Es... Ich... Ich habe dir einfach gesagt, dass ich es nicht normal finde. In deinem Alter sich komplett das Gesicht machen zu lassen. Das ist einfach crazy. Sorry, aber es ist halt meine Meinung. Von heute auf morgen fällt dir da nichts anders ein. Oder was ändert deinen Style? Keine Ahnung. Aber dein Gesicht komplett... Aber ich bin ja unzufrieden mit meinem Gesicht. Und wie er aussehen will Leute, wisst ihr ja nicht. Ja, das werden die dann schon sehen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Wirklich. Ja, da bin ich auch gespannt. Meine Nase, meine Leberflecken. Mein ganzes Gesicht ist einfach nicht so, wie ich es haben möchte. Ich meine, es gibt doch... Warum gibt es Schönheits-OPs, wenn es so crazy ist? Jetzt mal ehrlich. Ja, aber das ist doch nicht für Leute in deinem Alter. Und du mal bildest dir Falten an, wo keine Falten sind. Der sagt, er hat Falten. Aber der hat gar keine Falten. Und der sagt, er hat Falten. Und das ist doch ganz klar, dass ich da sage, dass ich einfach dagegen bin. Was heißt dagegen? Ich sage, er soll machen, was er will. Ich akzeptiere es. Aber im Endeffekt, er hat mir ein Foto gezeigt, wie er aussehen will. Und so werde ich auch aussehen. Es ist alles besprochen. Morgen geht es los. Und ich warte seit einiger Zeit auf diesen Termin. Ich freue mich eigentlich drauf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Video drehe, kommt wieder alles hoch. Wir diskutieren hier. Wofür? Ich meine, ich fühle mich unwohl, so wie ich aussehe. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Es ist alles sozusagen, es ist alles seit einiger Zeit besprochen. Und morgen geht es los. Und ich lasse mich jetzt auch da nicht mehr irgendwie dumm reinreden oder so. Weil es gibt auch, es gibt natürlich, machen es eher Frauen. Das weiß ich. Aber es ist doch scheißegal. Ich meine, ob Frau oder Mann, wenn man sich halt nicht wohlfühlt, fühlt man sich halt nicht wohl. So. Ja, aber dann kann man halt vielleicht mit einer Sache anfangen. Aber du willst dein komplettes Gesicht, dein komplettes Gesicht einfach verändern. Zeigst du hier ein Foto, wie du aussehst? Ne, ich zeig jetzt kein Foto, wie ich aussehen will. Weil ich werde einfach, es wird jetzt ein paar Tage dann halt ruhig sein. Und ich werde mich auch so nicht mehr zeigen. Und ich will einfach auch so nicht mehr sein. Ich werde auch auf den sozialen Medien, auf Instagram, werde ich alles rausnehmen, was geht. Weil ich möchte so nicht mehr existieren. Ich habe mich einfach dazu entschieden und ich möchte diesen Cut jetzt machen. Und ich will auch, dass dieser Cut in unserer Beziehung so stattfindet. Dass du auch verstehst. Ja, der Cut in unserer Beziehung hat stattgefunden. Sorry Leute, aber... Also, keine Ahnung. Ich finde das einfach alles voll strange. Ich bin jetzt echt zu euch. Für mich ist es einfach super strange. Er kam von heute auf morgen an. Ich war im Bett. Er hat mir ein Foto gezeigt. Er hat gesagt, so will ich aussehen. Und ich habe einfach nur erst mal gelacht, weil ich dachte, er verarscht mich. Ja, ich dachte wirklich, er verarscht mich. Und ja, jetzt hat er sich einen Termin gemacht. Und dann auch direkt einen OP-Termin und keine Ahnung was. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil... Also, ich... Ich denke, ich... Also, ich kann gar nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich akzeptiere es. Ich nehme es so hin, wenn du dich nicht wohlfühlst. Akzeptiere ich das. Aber ich kann das nicht unterstützen einfach. Weil ich halt einfach... Also, ich habe nichts gegen Schönheits-OPs. Um Gottes Willen. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal was machen lassen werde. Wer weiß, ja. Also, ich habe da nichts dagegen. Aber es gibt halt einfach Dinge, wo ich halt sage, das ist halt unnötig. Und das ist zum Beispiel meiner Meinung nach, was er alles vorhat. Aber für mich fühlt es sich nötig an. Für mich fühlt es sich nötig an. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das Video weiterzudrehen. Ich werde einfach... Ich werde eine Schönheits-OP machen. Ich werde mein Gesicht verändern. Und ihr werdet, so wie ich hier jetzt sehe, mich das letzte Mal sehen. Und damit hat sich die Sache. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich operiert bin. Oder irgendwie sehen wir uns keine Ahnung wo irgendwas. Was, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Video. Und tschau, bis dann. Also, ich weiß einfach nicht, wo noch viel zu machen ist. Wohin gehst du jetzt? Komm doch!